so hallo und herzlich willkommen zum neuen part ich hoffe ihr freut drauf ich freue mich auf jeden fall auf einen neuen part ich weiß hier warum aber nicht besser fragezeichen egal ich trink mal was dann wirst du wenigstens zu gut übernest mal alles gut ich habe am ballon gerade ein bisschen geholfen alles gut okay ja ich freue mich auf jeden fall auch auf einen part und dann kannst du die 3d selects genau ja ob es heute gut wird ich bin gespannt ob es heute gut wird genau ja gut ich schau mal ich bin schlecht gewesen naja ist egal schlecht gewesen ist okay ich weiß gar nicht mehr genau ich weiß gar nicht kann sein ja ja ich weiß kann sein dass ich das ich habe so Untertitelung des ZDF, 2020 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 das ist einfach mein problem dass man dann nicht so gut dann kommt den kann weil ich ja noch nicht so stark klar bin oder die stimme ich weiß auch noch nicht warum aber die stimme ist dann wohl noch nicht so stark klar aber ist egal ich muss ein bisschen zu lernen das büte nur wissen oder das ist gemein okay es ist gemein egal ja einfach alles schnell machen ich hier alles gewinne kommt und scheiße es war nicht so toll von mir auch egal ich habe gerade ein schön live stream anguckt von big track heute also heute habe ich nicht so viel wie gar nicht gelernt aber ich weiß auch nicht warum ich habe heute nicht schafft heute überhaupt nicht gar nicht so viel ich habe ich dachte also war ich weiß ja klar oder echten ekliger tag heute ganzen sachen die man heute nicht an hatten nicht so gut geklappt aber gut ist okay ich kann da einfach einfach noch ein bisschen daraus lernen also heute will ich wenigstens noch an gewünschen dann kommt ganz viel mit uns partner holen und und ja ich mit ganz genau noch mal was anderes machen aber ich habe es wie gesagt nicht da muss ich wohl noch heute nacht etwas aufnimmt und ich halt doch das auch auch als aufnehmen kann das problem ist einfach ich wollte mich dass der nacht eigentlich am 300 der uhr steil hat nicht klappt weil ich halt doof war und war ja nicht was aber was ich gemacht habe der urteil oder ich war zwar aufzustehen dann habe ich ein verpasst wurde ja noch ganz danach lediglich aufnehmen wollte und um reich nicht pokémon 8 2 1 1 2 1 kann man nicht sagen war echt dumm als heute weil irgendwie eigentlich auch nicht wie es machen sollen vielleicht heute mal noch ein bisschen aufnimmt heute und morgen früh vielleicht 5 Uhr morgen aufstehen damit ein bisschen videozeit habe für das alles was ich machen möchte guck mal ob ich das schauen werde ja ich bin nicht schlecht gerade aber es geht schon man muss einfach nur gerade aufpassen was uns hier so gebieten wird das kann ich euch gleich sagen und das gemeint ist super gemein ja wie bitte wie bitte ok habe ich auch wie bitte wie bitte wie bitte wie weiß ich eigentlich ins fest okay habe ich denn die letzte mal gemacht so leute weil ich gar nicht mehr genau ich glaube ich schon lange her oder ich weiß nicht wie komme ich komme mir das level bekannt vor allem oder die kathol oder am 1 ernst kann sein kann sein doch ok oh nein oh nein oh nein ja was soll ich denn machen was soll ich denn machen was will ich denn machen die doofen tränischen Arschlöcher ja dufe Arsch Arschlöcher ouais ihr nervt ich spreche sie genau wie honigball in einem komischen Übersetzungsvideo. Nein, Spaß. Ich spreche gar nicht gut. Ich spreche wie ein William K. in 20 Stunden ungefähr. Ich glaube schon. Scheiße. Oh mein Gott, ich bin gerade schlecht. Aber... Oh, komm. Oh, ein L. Tolo. Ah, scheiße, ey. Ah, ich bin gerade nicht so. Okay, jetzt scharf es die nächste Mal. Okay. Sehr super, super nett, man dir. Danke. Aufpassen. Du können, du können, duken. Hüpfen, duken. Und jetzt. Weiter geht's. Du können, duken, 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 duken. Du können, duken, 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 duken. Und weiter geht's. Das habe ich schafft. Das habe ich gut gemacht. Da, ja, genau. Das klingert gut an ich. Ja, natürlich. Oh, shit. Da war ich da so ungeduldig. Natürlich. Oh, nein, 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 nein. Wie doof, wie doof, ey. Was soll ich denn da machen? Hör mich gerade verarschen. Was soll ich denn da? Bitte schön. Ja, wie bitteschön. Ja. What the fuck? What the fuck? Was soll ich denn da machen? Oh, unbetrotten zu werden. Was ein Geier. Das ist echt unfair. Das ist der unfairste. Quatscht nicht je in diesem Gang gesehen. Er hat erkannt. Und zwar, man sieht. Ohne Schaden treffen lassen. Das versteht nicht. Dann unfair. Also, echt. Jetzt echt. Also, okay. Aha. Nein, ich bin nicht oben, nach oben. Danke. Danke. ich gebe mir jetzt mühe dass ich nicht fählen wie er soll und dann 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 muss ich auch mich auch ein halb abrundieren weil ich mich gut angestellt habe das ist echt zu gut jetzt geht's los kein fährt ich habe aus und mit fähler hast ja aus wie gesagt als gut nein du tut mir danke idioten ja nein 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 ich heiße all da jeder einiger eider eider jetzt wurde ich kann verarschen ich weiß oder wird nein sehr schön, oh mein GoOK Junge putting the OP Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Also ich bin echt, echt zufrieden, wow, ich hab's geschafft, ich war richtig, richtig, richtig am Frieden und richtig, richtig an der Anspaltung, richtig dran, ey, ich hab's aber geschafft, jaha, endlich, dann machen wir jetzt weiter mit Bronsesflucht, okay, oh mein Gott, was ich geschafft, oh, das ist geil geworden, also erst mal, hier, erst mal, äh, auf ein, ähm, trinken. Gönnung pur. Wir machen weiter, let's go, noch, viel Spaß dabei. Ach Gott, ist das ein geiles Spiel, aber nur, manchmal ist es echt, aber nicht immer, leider nicht immer so gut, aber macht Spaß. Ist ja nicht so, dass, hier, ein Tisch gibt, ich glaub, sie haben verrissen, ist aber auch echt, das ist aber auch gemein, ist gemein, der noch immer nicht diesen Fehler ausgebessert, in diesem Game. Gehen, alle Bananen, alle Bananen, alle Bananen, außer die, drehen sich nicht, die ist die einzige Banane, und die auch hier, die sie nicht drehen, die auch nicht, und die hier, die hier, die drehen sich einfach alle, außer die drei Bananen am Anfang, die waren einfach die einzigen, die die nicht drehen. Da haben sie wohl was falsch gemacht, beziehungsweise, wir haben was vergessen, wer weiß. Schade, weil ich es noch nicht gemerkt habe, in diesem Selex Edition, ähm, dieser Selex Edition, ähm, ja, dann kommt ganz viel Serie. Schade, haben sie noch nicht gemerkt. Oh, ist das irgendwie ein E-Sexer, ich weiß ja nicht, ob es an E-Sexer sein soll, aber ich glaube, ja nicht, egal, ich war, egal, ich war, ich bin ja jetzt nicht so, kritisiere, aber, was ist denn, ich weiß es ist, wie war, es ist, wie war ich, ich war, es war auch gemein, egal, weil sie war, es war, es war auch gemein, egal, also was, was sie war, sie sollen, weil ich, false kaufen, das egal, ich hätte egal, komm, ich schütte ich schütte ist schütte egal ich habe uns gleich schöner hier balance genau ja ja genau wir holen uns gleich wieder balance aber da haben wir balance vor genau einmal da noch einmal sind ja genau das müsste eigentlich doch du bist doch so geil so geil wie ein doof mann du bist so geil so geil wie ein doof mann du bist so geil so wie event ich habe aber warum nicht wie bei warum kann man nicht alles nicht mal hier hier ihr seht gerade hier wie gesagt wieder ein alter aber das von spüren ob salat ich habe es ein bisschen mit meiner finger ähm vier kattatur egal ich denke mal so geht euch so ich nehme doch mal nicht mal wie die herzen mitkommt ich habe mich mit irgendwann anders und das war gleich dann nehmen wir auch das mit knobel schau mal ob es gut schaffen können unser bananen saft ist geil oh nein ok das war gemein fand ich auch gemein aber gut ich bin doch gar nicht gelähnt greffer ach egal die ausgerüstet ok ja ich hatte die scheiße die scheiße finde ich heiße ein wirklich ja mir egal ja die fähig mal warten wenn ich bin ja dass ich auch gemacht ist echt fiese sollen die gemein sind finde ich jetzt schauen wir mal um es gut schaffen ja ich glaube es war gut ja was jetzt die oben ein gott hat die sind die jetzt einfach nur in bar ich wusste nichts was passierte aber ich habe glück gehabt ich halte irgendwie glück ich liebe dich ich liebe dich die du warst um mein gott keine spiel so einfach kriegst du nicht spiel so einfach kriegst du nicht nein ja klar verarscht mich gerade im hintergrund weil ich mich alle verarschen und der will und ich muss noch aufpassen in diesen anderen anfangs modus die junge hey was wollte an ihm die verarschen heute okay das habe ich auch ohne fels die ziel war ohne mb over so danke ohne fels die hoffen ich hoffe nicht okay 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 ich kann nicht sehen oh mein gott hat er eben wie knüpfer fahrt die mitte und entfernt werden gestorben erstmals jetzt die mitte und länger vielleicht auf die vier sterben gestorben auf dieses bretchen da okay okay ja klar was wollte eigentlich hier machen mit mir krass was soll ich machen hier okay einfach mich einfach mich dran lassen das heilige wort aber ich glaube oh mein gott jetzt wird schwer oder was macht er dahin soll ich nach unten gehen ja ja nein ja richtig ok schneller nicht schneller nach wow wow da ist eine gemeine kohle oh mein gott hat ein gemein kohlen auf mein land oh mein gott hat alles ja was jetzt die ist echt geil die macht mir auch spaß ähm um zu veräppeln oder auch treiben zu lassen aber das ist gemein das Level aber ist echt gutes Spiel und auch ein geiles Level oh mein Gott das Level ist gemein aber ist geil Junge im First 2 ich raste aus ich raste auch einfach nur können wir gleich noch ein Level machen, gut am Abend wir gleich noch ein Level kommen ich bin echt zufrieden heute gerade gewesen, guck mal ganz einfach ich freu mich Junge ey das Level, oh das Level machen wir noch, ok Schiffschauke auch noch, genau bei Junge das war ein geile, ihr habt ihr gesehen, einfach ein First 2 geschafft, also vielleicht ich glaube die Leute, das kann man jetzt sagen First 2 Null Null einfach gestorben, ich bin glücklich, also das war echt gut, ein guter Skillmoment fand ich echt gut, so ich bin echt glücklich, echt glücklich, ok jetzt kommt ein bisschen Strand noch vorbei, ok, sehr gut, ich glaube hier bin ich schlechter, auf jeden Fall bin ich schlechter als im anderen Level, ich glaube schon ja ja, ja, ich glaube schon zu schiffschauke... so einmal da, einmal da, einmal da, einmal da... auch eine Hübschaukel trotz konzern war ja auch nicht so viel sind dann sehr oh mein gott hat nichts gesehen ich war gerade im nix aber ich habe noch glück ab und mein gott noch sie kommt dass die gemein auf das sieht wieder aus aber ich glaube dass ich habe ich auch oder ich glaube schon aber sehr gut ich habe echt gut tatsächlich ich bin gut so klein oh mein gott ich kann nichts sehen ich muss ein bisschen näher an diesen drei der seien das ist einfach zu klein für mich dann sind sie kann nichts mit denen glaube ich kann ich nicht sehen okay das war gemein das war aber auch wieder ja klar ich gehe da junge ohne fehl bis jetzt einfach ihn los obwohl ich bin aber ich bin auch schlecht manchmal aber egal oh mein gott ich kann verarschen kW ist das K oder das? ne hab ich doch nicht wow Jahre ich weiß nicht wo ich ja ich kW ist mir egal es ist nicht warte ja du warte mal sie hier so leisten das ist verarscht für mich aber egal ist auch machbar einig ist auch machbar für mich jedenfalls ich denke schon dass es für mich machbar ist aber sieht gemein aus trotzdem mein gott ihr drucken die drucklichen fälscher hätte ich gucke der ungetraut zu werden das der grund auch echt haben um ein gott um ein gott um ein gott um ein gott was jetzt na ja ja was jetzt okay die auch schieten ist egal um die sparen fünftel lang hohen warten auch für diesen nicht diese feg 3 aus der strandwelt das ging auch schon auf dem weg da macht die nicht nach aber die selbst echt gar nicht nur diesen level auf jeden fall es ist echt mein liebster will das letzte war auch gut aber das mit einem bisschen besser als das andere das mal meine noch das beste level aus dem guten setzt den land schütten wir sind auch nachher so als genau die loben ist egal ist nicht so schlimm bei johol genau ist egal ist egal wie doch du da bist du mir aber nach kristig an ist egal ist egal wir haben es auch getrag geschickt wenn du da bist du da bist du da bist du da bist du ja ok ok so komm haben wir uns ja noch nicht, ich weiß nicht Nein Scheiße Ja, 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 ja ich weiß, ich weiß, ich weiß sie weiß genau wir haben mal ich kann mich alle mal ich brauche nicht bitte doch mein gott ich habe außen gemein ist gemein natürlich okay war gut leider auf dieser gut gefallen werden ja wirklich das war das nicht das ist der aber ich habe auch spaß daran gehabt ich würde sagen bis zum nächsten mal und ich habe euch super super lieben die ja auch der auch also raffaels dass sie wieder am stativen seit bis demnächst ich kann es gleich schütziger tjo jaja war ein toller part auf jeden fall